Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flitz Säge, Folge 32, heute geht es weiter mit Bluecarbentournament Rennen. Nehmen wir den Corbetti-Spring. Jetzt schütze ich wieder ab. Er schützt wieder ab. Dann müssen wir warten, bis es neu gestartet ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte, cancel unser tools metal. Ach, ja, wir haben ja noch meinen zweiten. Nix Não.... Ja, mit dem Auto nicht mit ihm lol. So, jetzt haben wir hier auch was da Das klingt super Na, die Strecke können wir ja Das klingt aber bald schon auswendig so auf die Medi-Fakten Das ist immer erfolgreich Ich weiß, deswegen fahre ich nicht durch die Tankstelle Weil ich immer denk, ei, ei, ei Von der Explosion Nice Buffet Er wurde zum Buffet Shepard Ja, machst du weiter und er ist Shepard 2,3 Sekunden in der ersten Runde 2,3 Sekunden in der ersten Runde 2,3 Sekunden in der ersten Runde ARD Text im Auftrag von Funk Ah man, hier finde ich mich nie zurecht Ja, genau 4,8 Sekunden bis zum 17 Platz 4,8 Sekunden bis zum 17 Jetzt kommt es zerstört Ne, ne, hoffentlich bin ich nur auf 6er wenigstens Ja, das müssen wir zwar später wiederholen, aber Wir machen es aber mit den Eliten 15 Credits insgesamt, 2050 Credits Folge 10 Elite-Rennen und 180 Credits sammeln 150 Credits und braucht er die Cascade zu gewinnen 5 Sekunden langsamer Shepard So, jetzt machen wir mal Stadtkurs überleben Mit den Eliten 440 Special Also es ist stärkst auch sowas Das ist ja fast alles voll Nicht jetzt bei mir jeden Rennung Blümchen Wo ich es das letzte Mal gemacht habe im Leben Da bin ich erst erklärt worden Wenn ich es hier erst erklärt habe, ist schon das Zeitpunkt Vergesst So 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 Natürlich spitze Ja, servuuut Komm, nicht falls ich erladen Sofort Sofort So 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 Einmal Geig 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 Genug Nein! Nein! Das geht sich nicht mehr aus. Ne, ich mach das nochmal. Das war ja nur wegen einem Fehler, den ich nicht geschafft habe. Deswegen bin ich ruhig dran gehen. Jetzt habe ich das. Das war ja komisch. Das war ja komisch. Das war ja weg und so ist und dann teilt das so. Neuer Kombo Jaaa mann Fuuuuhh! Fuuuuhh! Fynn! 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 Berühr die roten Fässer nicht! Die werden nicht zum Fressen! Fynn! 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 Ach, ich wollte jetzt einfach mal fertig viel zu lassen, nur starten. Zerstört Das war nichts Ja gut Vierter, da müssen wir 2 rein verbessern 25 Credits Gesamt 2.075 Credits Folge 10 Elite-Rennen in 160 Credits Sammeln auf 125 Credits Um den Copatic Cascades zu gewinnen Das war 7,425 Pflichter So, jetzt machen wir Das war's für dies In der nächsten Folge machen wir Das war's für diese Folge Das war's für diese Folge